Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir auf die Woche vom 14. bis zum 20. Oktober, schauen welche Nachrichten und Impulse die geistige Welt für euch, für uns bereithält. Wenn ihr am Ende sagt, ja das hat mir gefallen, das hat mir geholfen, das hat resoniert und ihr habt persönliche Fragen, die ich euch mit den Karten beantworten soll, gibt es da drei Möglichkeiten. Erstens die persönliche Legung am Telefon, zweitens die Beantwortung eurer Fragen per Mail oder aber ihr erwerbt Fragen und seid im Live dabei und ich beantworte euch die im Live. Link zum Shop ist in der Videobeschreibung, da findet ihr die drei Möglichkeiten und noch einen Haufen anderer Sachen. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr sagt, da seid ihr interessiert. So, und das gesagt, dann würde ich sagen, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Zwillinge für die Woche vom 14. bis zum 20. Oktober. Vielen Dank, liebe Zwillinge. Eure Hauptenergie, vier der Stäbe, der Frieden in der Seele, der Frieden im Haus, der Frieden mit der Familie, mit den Herzmenschen, mit den Lieben. Es geht hier wirklich in der Woche für diejenigen, die jetzt nicht hier in Verlobungs- und Hochzeitsvorbereitungen stecken, geht es wirklich darum, endlich wieder Friede und Harmonie in sich zu spüren. Und das herzustellen. Gewisse Dinge, die man nicht ändern kann, damit vielleicht auch in Akzeptanz zu gehen. So, aus welcher Situation kommt ihr? Wir haben die zwei der Stäbe, wir haben den Magier. Der Magier wird eurem Zeichen Zwillinge zugeordnet. Das heißt, es war in der Vergangenheit bis gegenwärtige Situationen wirklich sehr, sehr intensiv. Es gab Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, denen ihr euch vielleicht auch manchmal ein bisschen ausgeliefert gefühlt habt. Ja, wo ihr nicht wusstet, so links oder rechts rum. Und wie überhaupt. Aber das war eine Situation, wo es weitergehen musste. Das sind die Umzüge, das sind die Jobwechsel. Das sind vielleicht auch Menschen, wo ihr euch überlegt habt. Ja oder nein, hin oder her. Nicht mehr oder nochmal. Aber ihr seid an dieser Situation gewachsen. Also der Magier, das ist der Meistermanifestor, derjenige, der weiß, wo es lang geht. Der die Strippen zieht, der über sich hinausgewachsen ist und alle Elemente beherrscht. Ja, sehr selbstbewusst. Also das ist auch möglich, dass ihr euch vielleicht noch so ansatzweise ein bisschen fremdbestimmt oder manipuliert fühlt oder einer Situation ausgeliefert. Aber euch wird nach und nach klar, okay, ich kann daran wachsen. Ich werde daran wachsen. Ich werde mich mal mindestens eins nicht machen lassen. Und zwar mich unterkriegen lassen. So, wir schauen mal. Was bereitet ihr in der Woche energetisch vor? Wir fragen, warum die 10 der Münzen? Höchste Wertekarte. Warum die 10 der Münzen? 7 der Kälte, Königin der Münzen. Es gibt hier Zwillinge, die sich überlegen, soll ich Kontakt zur Mutter aufnehmen oder nicht? Es gibt hier Zwillinge, denen klar wird, dass ihr Leben bis jetzt so war, weil es da noch ein Kindheitsthema gab, weil da in euch etwas ins Leben wollte, was ihr bis jetzt noch nicht ins Leben gebracht habt. Hinter eurer größten Angst steckt euer größtes Glück, meine lieben Zwillinge. Es kann sein, dass ihr euch ein bisschen überfordert fühlt in der Woche aufgrund der Möglichkeiten, weil ihr nicht so ganz wisst, soll ich, soll ich nicht. Aber ich kann euch sagen, ihr kommt aus der Fülle, ihr seid die Fülle, euch steht die Fülle zu. Das heißt, greift nach den Sternen. Die 10 der Münzen, das ist das ganz große Glück. Das ist die höchste Wertekarte. Das ist das, was ihr wollt. So. Und jetzt überlegt euch mal, ihr müsst euch gar nicht entscheiden oder wie es wäre, wenn ihr euch nicht entscheiden müsstet, sondern wenn ihr alles haben könntet. Wie fühlt sich das an? Und das ist das, was euch die Karte hier oder die Kombination eben auch sagt. Das, was euch am glücklichsten macht, das darf ins Leben. Das bedeutet aber nicht, dass ihr nach einer Weile nicht auch was anderes, was euch anders genauso glücklich macht, auch, dass ihr das nicht ins Leben bringen könnt. Also alles, was ihr euch wünscht, was ihr euch vorstellen könnt, kann ins Leben. Das, was nicht ins Leben kommen kann, sind die Dinge, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Schlicht und ergreifend. Also limitiert euch nicht in euren Möglichkeiten. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Warum die Kraft? Zwei der Schwerter, zwei der Münzen. Es gibt hier Situationen und deswegen sitzt ihr hier auch auf eurem Kopf, die entweder dem Beruf oder wirklich das Häusliche. Und damit meine ich Freundschaften, Herz, Menschen, Familie. Also wirklich Menschen, die nah an euch dran sind. Nicht die Kassiererinnen vom Einkaufsladen drei Orte weiter, sondern wirklich Menschen, die euch nah sind. Die für euch von Wert sind. Da überlegt ihr euch, tut mir das gut oder nicht. Es gibt da in eurer jeweiligen Situation Aspekte, die tun euch unglaublich gut. Und dann gibt es Aspekte, entschuldigt, aber da könnt ihr im Kreis kotzen. Da könntet ihr im Kreis kotzen. Das tut euch nicht gut. Es könnt ihr drehen und biegen und wenden, wie ihr wollt. Es tut euch nicht gut. Das heißt, in der Woche ist die Entscheidungsfindung. Eigentlich kann ich sagen, wenn ihr mich fragt, wie sollt ihr euch entscheiden, nehmt euer größtes Glück. Wenn es hier um eine bestimmte Person geht, wie würde mein größtes Glück aussehen in einem Leben, wo diese Person, in einer Welt, wo diese Person nicht existiert. Das ist die Richtung. Das würde ich euch raten. Was macht euch nicht nur stark, sondern was bringt euch innerlich zur Ruhe im Balance? Es kann sein, dass ihr Kontakte abbrecht. Es kann sein, dass ihr euch zwar schwer tut mit der Entscheidung, aber mal mindestens ein bisschen emotional auf Distanz und eure Werte prüfen, eure Richtung prüfen auf die Frage, wie würde mein größtes Glück aussehen. Wenn ich mir jetzt auf der Stelle alles wünschen könnte, was ich haben wollte. Und damit meine ich nicht nur Materielles, sondern wirklich, was ist meine Vorstellung von einem glücklichen Leben, auch ohne diese Person, wenn ich nicht diese Entscheidung treffen wollen würde. Und die Richtung solltet ihr gehen. Warum die Königin der Schwerter, wollte ich gerade fragen. Ich habe es schon gedacht. Deswegen nehmen wir das Rad des Schicksals. Vier der Münzen. Jemand hält an euch fest. An jemandem haltet ihr fest. Aber es kann nur hier eine Zielerreichung geben, sag ich mal, wenn ihr darüber sprecht. Obliegt natürlich auch wieder euch. Gebt ihr der Person die Chance, würdet ihr nochmal auf die Person zugehen oder nicht. Wichtig ist, vier der Münzen bleibt euch selber treu. Spürt eure Magie, euer Sein, eure Kraft, eure Willensstärke. Ab in die Selbstermächtigung. Ihr seid jemand. Und ihr werdet hier Verhandlungen in eurem Sinne starten, Gespräche führen oder auch einfach nur Ansagen machen. Es ist wichtig, dass ihr dabei klar im Kopf seid, klar eure Gedanken formuliert und ausdrückt, damit ihr behalten könnt, was ihr behalten möchtet, wen ihr behalten möchtet in eurem Leben und auch bekommt, was euch wichtig ist, euer Ziel erreicht werden kann. Liebe Zwillinge, schaut euch unbedingt noch euren Aszendenten an in der Playlist für Gefühls- und Beziehungsthemen, euer persönliches Mond- und Venuszeichen. Dann habt ihr alle Informationen, die ihr haben könnt für die Woche von mir hier in den kollektiven Legungen. Wenn es mit euch resoniert hat, wenn ihr sagt, das hat mir geholfen, lasst es mich wissen, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert sehr, sehr gerne den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wer persönliche Fragen beantwortet haben möchte, klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche von Herzen, alles, alles Liebe. Ihr erreicht euer Ziel. Vergesst das nicht. Und bis ganz, ganz bald.